Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV, ist das mit Abstand beliebteste Bewertungskriterium bei Aktien. Es setzt den aktuellen Kurs ins Verhältnis des zu erwartenden Gewinns der nächsten zwölf Monate. Doch immer mehr Analysten schauen auf alternative Bewertungssysteme. Hat das gute alte KGV etwa ausgedient? Das kläre ich jetzt in einer neuen Folge Bankdeutsch leicht gemacht mit Commerzbank-Chefanlagestratege Chris Oliver Schickenthal. Herr Schickenthalz, nutzen Sie denn das KGV für Ihre Analysen? Ja, definitiv. Das KGV ist eine wichtige Bewertungskennzahl, die bei uns in der fundamentalen Aktienbewertung eine große Rolle spielt. Aber es ist nur eine Kennzahl von vielen, die wir verwenden, denn auch das KGV hat spezifische Schwächen. Welche Schwächen sind das denn? Zum einen sind KGVs nicht zeitstabil. Sie bewegen sich in Abhängigkeit von der aktuellen konjunkturellen Entwicklung. Und zum zweiten haben die Zinseneinfluss auf das KGV. Lassen Sie uns diese Aspekte doch bitte etwas intensiver beleuchten. KGV-Schwankungen im Konjunkturzyklus. Wie schauen die aus? Nehmen Sie die Covid-19-Krise im letzten Jahr im März. Da sind die Unternehmensgewinne durch den Lockdown massiv eingebrochen. Die Kurse haben aber bei weitem nicht so stark reagiert. Sprich, das KGV ist sehr deutlich angestiegen. In die konjunkturelle Erholung, die danach dann einsetzte, passierte dann das Gegenteil. Die Unternehmensgewinne haben sich massiv erholt. Die Kurse sind aber nicht mehr so stark weiter gestiegen. Bedeutet, das KGV ist wieder zurückgekommen. Genau diese Schwankungen im Konjunkturzyklus sind ganz typisch. Und die versucht, das sogenannte Schiller-KGV in den Griff zu kriegen, indem sie die neutralisiert. Worum geht es dabei? Das Schiller-KGV versucht, eine Aktie konjunkturunabhängig über den Zyklus zu bewerten. Dafür schaut man sich einen Zehn-Jahres-Zeitraum an. Ganz wichtig, wenn man sich die Gewinne der letzten zehn Jahre rausgreift, dann muss man die auf das heutige Preisniveau adjustieren. Das heißt, um die Inflation bereinigen, um eine vergleichbare Ausgangsbasis hinzubekommen. Und damit ist das Schiller-KGV tatsächlich eine robustere Kennzahl als das klassische KGV, weil es eben im Konjunkturzyklus nicht so sehr schwankt. Und das Zinsniveau, warum spielt das eine Rolle? Nun, der Zins ist dafür ausschlaggebend, wie attraktiv Alternativanlagen zur Aktie sind. Beispielsweise die Investition in Anleihen. Hier gilt, je niedriger der Zins, desto unattraktiver ist es für den Investor, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Deswegen kann bei niedrigem Zinsniveau das KGV auch umso höher ausfallen. Und genau das adjustiert die Risikoprämie. Die betrachtet Aktien nicht auf einer absoluten Bewertungsbasis, sondern schaut sich die Überrendite relativ zum risikolosen Zins an. Und was bedeutet das für die aktuelle Situation? Aktuell sind Aktien weder besonders teuer noch besonders billig. Bedeutet aber, sie haben weiteres Potenzial, weil wir eine deutliche Gewinnerholung erwarten. Und das bedeutet bei stabilen KGVs tatsächlich auch Luft nach oben. Vielen Dank, Herr Schicken. Wenn auch Sie einen Finanzbegriff erklärt haben möchten, dann schreiben Sie uns gerne an ciodirektatcommerzbank.com. Bis zum nächsten Mal. Ihre Melina Rost und Ihr... Chris-Alver Schicken.